Ute, Isabel Hertel, bekräftigt, dass sie Benedikt, Jens Hayek, helfen wird, seine Firma zurückzubekommen. Bei der Geburt gibt es Komplikationen. Mathilda lenkt Ute eine Zeit lang von ihrer Sorge ab. Vivian und David sind gezwungen, Jessicas Kind auf die Welt zu bringen, doch plötzlich kommt es zu Komplikationen. Werden sie es schaffen, Ute hat durch Mathildas Besuch etwas Ablenkung von ihrer Sorge um Eva. Dabei bemerkt sie nicht, dass eine Nachricht von Eva den Weg zu ihr sucht. Als Tobias von Jessicas Besuch erfährt, will er Jessica für seine Zwecke nutzen. Sein Plan wird allerdings ausgebremst, als seine Freunde ihn brauchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020